So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go und wieder eine Max Out Monday Folge, nachdem es ja letzten Montag keine gab, aber diesen Montag natürlich eine stattfindet und ihr konntet natürlich weiter Vorschläge sammeln, was ich mal maxen soll. Vorher habe ich aber noch eine kleine Ankündigung und zwar habe ich im Community Tab auf dem Kanal, den findet ihr nämlich hier so rechts, hier so Community, da habe ich so eine Ankündigung gemacht, die könnte man sich ja mal durchlesen, das ist eigentlich wichtig, aber ich kann auch kurz nochmal erklären, diese Woche wird es ein bisschen ruhiger, da ich ja ab morgen, ab Dienstag, 10 Uhr als Raid-Boss wechsle, dann kommt Cabo Falla in die Raids, ich kriege aber morgen, da kommt Bianca, im Laufe des Tages kommt Genaya dann dazu und dann werden wir morgen direkt zum Bismarck-Turm wandern und da übernachten und da einen Vlog machen und alles und sonst wie, deswegen ist der Streaming-Plan für diese Woche ein bisschen anders. Heute Abend wird es weiterhin Chill mit Ramses geben, normal Montagabend, morgen werden wir einen Community-Raid machen mit Cabo Falla, ganz normal, es wird aber abends keinen Stream geben, normal stream ich ja immer Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, dieses Mal also Montagabend Chill mit Ramses, Dienstag wird es keinen Stream geben, weil da sind wir wahrscheinlich gerade auf dem Bismarck-Turm und trinken schwarzen, kalten Kaffee, würde Bianca sagen. Mittwoch, schauen wir, dass wir zurück wandern, ich fix die Raider-Mittwoch-Folge aufnehmen, die Mädels sich ein bisschen akklimatisieren, ich die Raid-Mania trotzdem übertrage, Bianca hatte ja die Idee vielleicht, wenn sie da laufen, zur Raid-Stunde mal rauszugehen und mich sogar in meiner eigenen Stadt hierfür einzuladen und mal gucken, ob das so passt. Ansonsten haben sie gesagt, mach du die Stunde, vertreiben wir uns schon. Donnerstag haben wir komplett frei gar nichts vor, da haben wir einige Zeit zum Kochen, ein paar Videos aufnehmen, irgendwas Cooles, Freitag reißen sie wieder ab, ich weiß nicht wie spät es da wird, aber dann kommt auch Pupsi ja wieder. Das heißt, es wird neben der Raid-Mania dann erst wieder am Samstag und Sonntag Streams geben, aber dann zu Cabo Falla Raids für Zuschauer, für die Leute, die eben den Pokédex-Eintrag brauchen, die da die Hilfe brauchen, die sonst gar nicht zurechtkommen. Ich weiß auch nicht, ob Cabo Falla jetzt eine oder zwei Wochen da ist, für uns wird es trotzdem aber nur dieses Wochenende die Möglichkeit geben, Cabo Falla Raids für euch anzubieten. Wer da also mitmachen möchte, seid Samstag oder Sonntag da oder beide Tage, denn nächste Woche ist Pupsis Umzug am Wochenende, es ist WrestleMania Wochenende, Hannes ist dann am Wochenende da, da möchte ich ungern frühs hier sitzen die ganze Zeit Raids für Zuschauer machen, wenn wir die ganze Nacht auffahren und haben Wrestling geguckt und Burger gegessen und gemacht und getan und gleichzeitig man tagsüber noch Pupsi hilft, also das schon mal jetzt als große Ankündigung. Dann möchte ich hier erstmal in die App und ein was schon mal maxen von mir aus, jetzt kommen wir nämlich zum maxen und da seht ihr auch, wie ich das nämlich immer mache. Ich gebe erstmal vier Sternchen ein, dass euch das alle hundertprozentigen Pokémon anzeigt, die ihr habt und dann geben wir und ein plus das Pokémon, was wir maxen wollen und für mich ist das ganz klar diesmal erstmal ein Shiny Boreon. Ein Lucky Shiny Boreos, also kein Hundo, kein Shundo, sondern ein Schlundo, Shiny Lucky 100% getauscht mit Sarina, deswegen heißt das auch Blood and Tears. Das ist also ein hundertprozentiges Shiny Lucky Boreos, 100%, 15, der dritte da gefangen, haben wir getauscht, eintauscht, das Ding war direkt Lucky, finde ich cool, war direkt 100%, denn jetzt habe ich das Tiergeist Duo komplett als Hunderter. Das möchte ich jetzt auch maxen, denn die XL Bonbons sind auch am Start, drücken einmal hier drauf, einmal da, ziehen das jetzt einmal hoch, 1798 kriegt das dazu, 3635 ist nicht das Heftigste, aber für die Sammlung erfreut mich das trotzdem. Alter, 100.000 Staub und 100 Bonbons nochmal für eine neue Attacke. Komm, wir hauen, wir hauen einfach noch eine neue Attacke drauf, egal, was für Attacken wir im Endeffekt da machen, der hat jetzt hier Erstaune, Orkade und Hitzewelle, oh mein Gott, das lassen wir erstmal so, wir machen das aber nochmal so drauf. Das war mein Max-Out, aber ihr konntet natürlich wieder Vorschläge geben, was ich noch maxen könnte. Und dazu nehmen wir das Boreos hier nämlich wieder weg, bzw. ich kann euch ganz kurz zeigen, also Demeteros ist auch am Start hier, wir haben 200er Demeteros, eins ist auch gemaxt auf Level 50, habe ich damals mit dem Hannes getauscht, ist auch ein hundertprozentiges geworden. Haben wir damals schon direkt voll gemacht, wenn das also jetzt als Shiny kommt, wird nur das Shiny gejagt und Voltolos haben wir letztens auch erst bekommen, vom Putsch getauscht, 100% geworden, auch direkt gemaxt und, boah, das Tiergeist, vor allem alles in Lucky, ihr seht, Glücksfreunde lohnen sich. Wir drücken jetzt hier aber 4 Sternchen und, und gucken nochmal auf den Kanal, auf die Videos und scrollen mal runter und suchen mal die letzte Max-Out-Mandy-Folge, das müsste die, auch mit dem Crypto Apex-Ho-O gewesen sein, genau. Mein bisher bestes Apex-Crypto-Ho-O, da solltet ihr Kommentare drunter sammeln. Da gehe ich jetzt mal drauf, da drücke ich jetzt mal Pause, da gehe ich jetzt mal auf die Kommentare, da stehen 47, wir ordnen nach Neueste zuerst und fangen von ganz unten an, dass der Erste, der kommentiert hat, erst mal gezählt wird. Und hier ist ein Mr. Anonym und sagt, max mal bitte ein Rayquaza, max mal bitte ein Corazon. Wir gehen wieder in die App, Rayquaza kann ich euch zeigen, kann ich nicht maxen, weil, habe ich schon gemaxt. Ich habe ja auch ein 100% Rayquaza, das ist gemaxt auf 50, da habe ich ein zweites, das kann ich nicht maxen, wenn das zurückkommt, man vielleicht nochmal ein paar Rates macht, kann man da auch was reinpassen. Gleichzeitig hat er gesagt, Corazon, da kann ich eins eingeben, da habe ich nämlich ein 100er und ihn zuliebe werden wir das jetzt hier maxen, wir haben nämlich sogar 300 XL-Baumoms zusammen, wir ziehen sie also einmal hier rüber, maxen ein Corazon. Ich werde fünf Pokémon von euch maxen, weil mein Boreos war ja das sechste, zählt dazu, kommt also hier auf 1558, Corazon also gemaxt. Dann haben wir Willy Wang, der sagt, Onyx, Stalos, Pampam und Entwicklung, Pampam habe ich keinen 100er, Stalos ist auf Stalos, 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 ich versuche jedes Mega-Pokémon als 100%iges auf Level 50 zu haben. Stalos ist auf Level 50, ist also auch schon gemaxt, hat Mega-Entwicklung, ihr seht, brauche ich nur noch 40, kann ich das entwickeln, das ist also fertig, auch mit Best-Buddy-Batch. Also weiter, 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 ein kleines süßes Lavitar wäre cool, muss nicht shiny sein. Dann habe ich natürlich dann eher Despo da, die ich da max, wie zum Beispiel hier dieses 100% Krypto-Despo da, also es sollte eigentlich immer um die Endstufe gehen. Falls wirklich mal gar keine Vorschläge sind und man nichts anderes hat, würde ich mich vielleicht dazu herablassen, aber erstmal würde ich eher auf andere Sachen gehen, die noch gar nicht da sind. Ich wäre für einen Tukanon. Da hat die Shinaia aber hochgepogert, weil der ist eigentlich ganz frisch im Spiel. Wir haben aber... So wird er geschrieben, genau, Tukanon. Wir haben einen Tukanon hier. Da könnte man jetzt eigentlich warten bis zum Seaday. Achso, nee, der ist ja eh schon entwickelt. Der ist ja eh schon entwickelt, da braucht ihr nicht auf den Seaday warten. Das heißt, wir mixen ein Tukanon auf Level 50, Top-TM am Seaday vielleicht irgendwann mal ausgeben für die Seaday-Attacke, bis dahin GBL spielen, dürfte also auch funktionieren. Achso, ich habe ganz vergessen, ich muss den Tag noch anfügen bei Tukanon, der muss den Level 50 Tag noch kriegen, kommt ja auch auf 3040. Und dieser geniale Schnabel, guckt euch den an, sieht doch richtig brutal aus. Ich muss den bei Corazon auch kurz noch dran machen. Den Tag zumindest. Tag, 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 Tag. Level 50. Das heißt, zwei Stück haben wir jetzt. Wir ziehen weiter. Hey Ramses, Kronio Wild, Form ist egal. Flip Jamo in Shiny, wenn du hast. Nicht in Shiny, bitte nicht, bitte nicht. Oder auch Galabafloss, ich sammle Schildkröten aus allen möglichen Materialien, such dir was aus. Galabafloss, Fletiamo, Kronio Wild. Muss ich mal ausschauen, halten. Galabafloss haben wir nicht als 100 da. Flet, Fletiamo haben wir da? Ja, dann ist, ich glaube, niemand würde Fletiamo sagen, ist kein Shiny, aber es ist ein Hunder da, deswegen ziehen wir das mal hoch. Fletiamo. Das heißt, ich lasse das Kronio Wild in Ruhe, weil es da so viele verschiedene Formen gibt. Du kannst dir aber gerne unter der jetzigen Folge für die nächste Folge Kronio Wild nochmal wünschen. Fletiamo, äh, Fletiamo, 1940. Und wir machen wieder die Level 50er Schleife dran, äh, den Tag natürlich, das ist der dritte. Drei Stück haben wir noch. Ne, zwei haben wir noch, ich hab da schon meinen eigenen gemaxt. Ach, Leute, Leute. Zwei Stück, zwei von euch noch. Ich fände Kramurks, Kramchef oder Mogelbaum sehr geil. Kramchef dürfte auf 50 sein, genau. Mogelbaum. Wird da auf jeden Fall auch funktionieren. Fehlen drei Bonbons, aber die können wir ja umwandeln. So, 296. Mogelbaum auf 2428. Level 50. Schleife dran. Tag, 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 nicht Schleife. Tag, nicht Schleife. 2428 ist auf jeden Fall auch gemaxt. Das waren eigentlich jetzt alle Sachen, oder? Also es waren jetzt sechs Stück. Die Folge würde sonst viel zu lange gehen. Wir haben halt so Korazon gemaxt. Wir haben Tukanon gemaxt. Wir haben Flitiamo gemaxt. Wir haben Mogelbaum gemaxt. Ich sehe, es fehlt doch noch eins. Wir haben ein Borios gemaxt. Also doch, einer fehlt noch. Wir gucken mal hier drüben rein. Bei Escorpiens. Weil das war eben der Kinaturm. Würde gerne ein Pion Draghi auf 100% sehen. Bin ich ganz auf dem Stand. War glaube ich noch nicht dran. Wir gucken mal nach Pion Drago. Vielleicht haben wir sogar was. Was dem Escorpiens noch richtig Spaß macht. Wir haben nämlich ein 100er Pion Scorer. Wir haben ein 100er Krypto Pion Scorer. Wir haben hier ein Pion Draghi. Wenn wir jetzt ein Krypto 100% Krypto Pion Draghi nehmen. Ich glaube, wir werden das jetzt erstmal pushen. Auf. Ah, wir brauchen 360 XL. Da fehlen wieder sechs Stück. Wir müssen hier mal noch sechs Bonbons umwandeln. Ziehen den jetzt mal hoch. Auf 1141. Wenn wir den jetzt noch entwickeln. Gucken was da draus wird. Dann haben wir dann einen Pion Draghi extra für Escorpiens. Als 100% aber Krypto. Auf Level 50. Max. Er hat halt so normal einfach schon einen düsteren Hintergrund. Der sehr bedrohlich aussieht. Jetzt nochmal mit dieser Duftwolke drum rum. Ja, vielleicht. Seht dann. Wir müssen noch. Genau. Wir müssen, 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 müssen. Wir müssen hier noch den Tag ran fummeln. Level 50. Sieht doch super aus, oder? Guckt euch das an. So will man das. 2773. Ich hoffe, jetzt passt es aber. Normal. Krypto. Normal. Krypto. Ah. Die ganze Zeit im Rauch stehen, hat man rote Augen. Sorry für den Rest natürlich. Hier Rayquaza, bitte. Haben wir eh schon gemaxed. Level 50 Quapo, bitte. Weiß ich gar nicht, ob ich das schon gemacht habe. Hier, Waschkawil steht hier noch dabei. Hier, Mantag steht dabei. Apex. Ach so, nee, das Video war was anderes. Bla, bla, bla. Fuegro haben wir hier. Grillmark, Sodamark, Veggiemark. Hätte schlimmer ausfallen können. Es sind natürlich viele äußern jetzt Kommentare hier. Äh, zu, äh, zu, äh, zu dem Apex-Krypto-Ho-Oh, was ich gemacht habe, also was ich bekommen habe. Rayquaza, bitte, auch wenn du ein Hundo hast für deine Community, die immer bereit sind, mit dir zu zocken und raiden. Also, viele sagen Rayquaza, aber Rayquaza, wie gesagt, habe ich ja schon gemacht. Den Rest, es tut mir jetzt leid, wer nicht dran kam oder wer zu spät kam, aber wir haben oft Kommentare dann drin, die daneben liegen oder ich nicht maxen kann. Es einfach nicht funktioniert, deswegen, wer noch nicht dran war, wessen Vorschlag noch nicht dabei war, wer noch Ideen hat, schreibt es unter dieses Video. Denn nächste Woche werde ich dann auf dieses Video hier zurückkommen und die Vorschläge aus diesen Kommentaren, äh, mir reinziehen und versuche dann wieder sechs Stück zu maxen. Sechs Stück. Ich versuche sechs Stück in jeder Folge zu maxen. Ansonsten, danke für alle, die immer fleißig kommentieren. Letzte Woche war es richtig komisch, nämlich, also die Woche davor, da hast du gefühlt nur zehn Kommentare gehabt und sechs Stück waren, gingen gar nicht und dann musstest du dir was aus den Fingern saugen. Diesmal haben wir viele Kommentare, viele, viele, viele. Ich hoffe, vielleicht macht das ein bisschen mehr die Runde, dass mehr Leute teilnehmen, dass man da nicht irgendwann da sitzt, hat nur zwei Vorschläge und es geht einfach nicht weiter. Ansonsten, schreibt eure Vorschläge drunter, was ich mal noch maxen soll. Das war's von meiner Seite aus. Was ist euer Highlight von heute gewesen? Also das 100er Kryptopion Draghi ist bestimmt ganz cool. Korazon ganz cool. Aber für mich immer noch das Boreos. Auf Level 50 jetzt hier auch in Lucky. Wir sehen uns heute Abend bei Chill mit Ramses. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin.